Jo, willkommen, mein Name ist der Nirolp, wir spielen bei Kirill Connells. In der letzten Folge haben wir ein Skirmish gemacht und jetzt machen wir ein Skirmish. Ne, nicht auf einfach. Schön. Ja, wie gesagt, letzte Folge Skirmish, jetzt noch ein Skirmish. Das letzte, was wir jetzt erstmal machen können. Danach nur noch zwei. Wenn ich mich nicht irre, ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Ich habe einen Kaffee, wo ich keinen trinke. So, ich glaube, diese Level wird ein bisschen einfacher. Ja, ist gut. Das Brawl, da sind Leute, wir müssen hier schießen. Ich habe hier können wir locker mit einem Panzer durchrushen. Ich nehme natürlich wieder Alisha, Juno, Rosie. Die tun wir mal alle da ein. Largo und Jan, komm mal da ein. Ich habe hier noch irgendwie voll gut im Kopf. Und... Kevin kommt da ein und... Und... Das mache ich ja eigentlich. Kommt weg. Ich schaue, kommt alles mal weg. Sie tun wir alles später noch. Da hinpacken. Wir gehen jetzt mit sieben Leuten da rein. Weil da ist ja in der Mitte irgendwie so ein Kommandopunkt, den kann man einnehmen. Ja, wahrscheinlich mit Alisha und Rosie und so was hier durch die Gegend laufen. Auch hier ist wieder so schnell wie möglich angesagt. Für mehr Punkte und Geld und Erfahrung und Ruhm und Reichtum und ultimative Macht. Genau. Sie sind natürlich auch immer da. Ich will töten. In dem Zeitpunkt hatten wir die Schemrock schon, ne? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Kommt mir noch so neu vor hier, den ganzen Skirmischen. Na, was? Abo, Alisha, Rosie. So habe ich da wenig Punkte irgendwie. Da kommt mir vor. Ich hatte auch immer zwei Punkte noch mehr. Abo, Alisha, Abo. Hä? Keine Ahnung. Eigentlich immer noch zwei Punkte mehr. Da sind zwei Typen, die töten war. Bam. Das Ding müsste die ja eigentlich töten mittlerweile, ne? So, in der Mitte, boink. Jawoll. Gut so. Schon da mit einer von den Aufstieg, ne? So, dann volle Möhre dadurch. Die Dinger werde ich ganz bestimmt nicht reden. Was noch so ein Scout? Können wir eigentlich auch töten direkt. Hier sind Schuber, da ist ein Scharfschütze. Warum war alles nicht? Alisha, komm, mach du, wie auch immer alles da noch ist, ist es fertig. Da kriegst du den, guck mal näher ran. Ja, nah genug. Gut, so. Durchraschen. Ich hab mir mal jemand anderen dahin. Ich hab mich da gerade abgeschossen von links. Du? 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 Aber warte du. Du kannst es wagen. Ich hab's von daraus abgeschossen, wenn ich mich auf den Arm nehmen. Okay, ein Scout, na und. Natürlich triffst du ihn nicht und tötest ihn. Natürlich kann er kontern. Er trifft uns von da, hallo. Soll ich auch, Alisha, danke. Oh cool, das ist nur der Typ hier. Dann können wir töten. Also hier ist eine verkackte Miele irgendwo. Oh, hier müssen wir gar nicht töten. Wir können uns einfach hier reinschleichen und das Ding einnehmen. So, ich hab das letzte Mal auch gemacht, oder? Ha, was? Aber sagt mir nicht, weil der Typ da oben lebt. Ich kann ihn nicht erwischen. Kann ich da hoch? Ihr könnt mich doch mal. Was kann ich denn? Natürlich eben dich. Hm, Taflack. Ai, ai, ai. So, jetzt kann man sich mal nur abschießen, außer ich scharf schützen. Okay, kann ich immer noch nicht. Leute, schießen wir uns von da aus ab, deswegen. Ah, die Schar. Hättest du den da oben irgendwie? Gut so. Oh, mein Leg. So, Occupy. Gut so. Das ist der erste Zug, ne? Ich bin mir nicht gerade so sicher, aber egal. Und da sind wir bei Scharfschützen, so ich hab sie jetzt gerade Fallbeck hämmert, da positioniert. Auch was soll's? Wir müssen eigentlich jetzt nur noch hier hin. Und das nun, mein Gott, das kann man ja voll locker schaffen. Wie mach ich denn das jetzt? Ich kann jetzt eigentlich da schöner Dinge abschießen. Und dann voller Durchbrettern. Ah, was hab ich gemacht? Oh, ja, genau, stimmt. Wow, das Ding ist ja richtig scheiße. Sich verarschen, da hat er gar nichts gebracht. Herbert, geh du mal nach vorne, ich traue dem Ganzen nicht so, falls die Edelweiß irgendwie beschädigt wird. Okay, mit Einzug wird das wohl nichts, ne? Du schießt schon auf mich, du kannst mich doch gar nicht sehen, ne? Das ist doch unmöglich. Unmöglich ist das! Okay, in der Edelweiß muss wahrscheinlich Kraus oder Klein oder... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kreis. Irgendwie Kreis geschossen haben, versucht haben zu schießen, irgendwie. Okay, er läuft schon wieder so gut, irgendwas muss doch schief gehen. Okay. Da muss ich sofort hin. Natürlich stirbst du. Von was? Das ist ein Gatling, die kann uns hat getötet haben. Was ist das? Ja. Ich wünsche ich halt auch solche Sniper, die zielgenau sind. Zeugs treffen. Genau. Versuchst du mich von da aus abzuschießen? Ja, okay, ich habe irgendwie durch den Turm durchgeschossen. Na, egal. Oh, nee. Alter, warum muss immer Alisha sterben? Hat sie halt eigentlich? Jedes Mal verrückt Alisha, jedes einzelne Mal. So, aber jetzt kommt Jan. Auf seinen mächtigen Muskeln. Okay, jetzt einfach nur versuchen da durchzukommen. Äh, also du nebst. So, haben Sie Alisha, könnten Sie vielleicht wieder aufstehen? Wir sind die Scharfschritten, egal. Warum haben wir die nicht im Team? Die kann durch alles hier durchlaufen und kommt nie schaden. Das Ding nach töten. Jawohl. Das war schon so gut wie gewonnen. So, John, du hast schon wieder deinen Sold erfüllt. So, jetzt müsste man am besten der Edelweiß da voll durchpreschen. Und dann hätten wir halt, kommst du doch wohl da durch, oder? So, wir müssen doch irgendwie da durchkommen. So, mach ich mal nicht so breit, Mann. Ja. So, dann ist ein Trooper noch, der kann uns gefährlich werden. Wo ist er? Bam! Okay, schön. Jetzt haben wir niemanden mehr da, der uns so abschießen kann. Wenn jetzt noch diese verdammten Mienen nicht werden, ne? Dann können wir jetzt locker durchgehen und alles einnehmen. Ich mach's irgendwie anders da durch. Fuck! Leak! Mah! Heilig Mah, obwohl wir halt eigentlich nicht mehr haben. Ich kann niemanden mehr abschießen jetzt. So, na, wie geht's dir? Bin mir jetzt so gut, ich kann nicht töten. Schön. Juno, bringen Sie alle um. Steht bitte. ja jetzt könnten wir noch eigentlich hat die einnehmer ich möchte noch töten okay ich glaube ich nicht nach was soll es hier ok 12 minuten das will ich aber an a rang sehen was aber genauso viele punkte ich könnte die level glatt normal machen aber wenn man nicht so überwältig hauptquartier wir haben jetzt asche wie heu erstmal trainieren also irgendwie wichtiger auch immer sowieso nicht wir bekommen jetzt da die sniper die sind noch ganz unten aber die bringt es auch nicht damit trupp am auf der 13 und alle besorgen auf level 13 ein neues order neutral ist okay keine konnte attacken das so man mit der frage ist jetzt was ich mit den letzten mit der restlichen minuten hier mache ich nicht so einen kurzen party machen hallo doch kann ich outfit tanks ja ja auch mein edelweiß ein bisschen unzerstörbar oder shimrock das stil upgrade body defense er hatte das red night da sind wir also blöcke munition brauche ich nicht wirklich schamrock ja nehmert ihr muss ein bisschen mehr außerhalb nicht schirmrock es war war das mord hane ja aber ich bin ja auch ballern katschen nehmen wir den flammenwerfer aufballern so fahrt sich dem du hast glaube ich noch ein paar blöcke übrig perfekt mehr da brauche ich nicht was haben wir hier noch alles damit den wau wir können noch einmal auf der wind geil kipps sei es auch nicht schlecht immer das war noch 30 schüsse wow aber ich glaube schon jetzt hier auch mal was damit man das sehen kann also personen haben wir jetzt auch mal ein mortal so ein ganat werfer ich habe noch nicht gezeigt und hätte man mal hier das effekt dinge noch noch mal alle waffen irgendwie sieht irgendwann mehr asche gab doch das hätte ich jetzt auch einer hat irgendwie so mit defekt oder was so irgendwas wenn wir jetzt nicht sicher ist schon ein bisschen mehr ok der lander ist doch noch was ich sollte vielleicht mal die waffen ausrüsten oder gucken ob die wacht dringend das heißt sie nur nach 15 dinge wozu grenzen wir überhaupt auch wenn war sowieso gute waffen bekommen wir ja nicht sicher ob die gut sind aber können wir ja gucken wir mal ein gott gucken wir mal die waffen wenn wir mal hier aufgetaucht sind ich habe im bestimmten punkt kommen wir keine neuen ja ich bin mein spot zufrieden da gucken wir uns mal die waffen an die war bekommen haben weil sie nicht alicia mein gott hat wir alles bekommen die blauen sind stärker sie hat gallin a2 was hat mit den sieben schüssen range schüssen ja ich über jemand anderen als das kaninchen die ganze effekte gingen nehmen ich bin also will dann immer das tier angezeigt wird du bekommst ich weiß nicht doch du mal hat hier ja so eine andere war haben mein gott ich will ich stumpf mache ich denn rosie du bekommst natürlich das stärkste dingen das ist das hier was hast du ihn ausgerüstet dann das war noch stärker ja wenn du bekommst das was die leute haben effektivsten ist hat hier ich bin simpel du bekommst das mit denen höheren magazin glaube ich was ich kann man sich einmal verdrückte nur kommt dafür im effekt heute vier stunden truppen und so wenig scouts ändern lassen wir einfach so timer range naja das sind am besten immer das hier einfach ich will aber niemanden jetzt mord hat dingen die man scheiße na herbert hat er mir auch effekten claudia du bekommst das schießt naja jetzt kommt er wieder du kannst doch beste war in stauend 500 naja du brauchst das hier wenn schon 700 hat ja schon gut so keine ahnung dann aber hier alles erledigt dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir uns dann auch von kp auf in kapitel 16 der maidens schielt die marmotte okay dann war es das für diese folge und ich bedanke mich herzlich bis zu schauen und sage tschüss bis zum nächsten mal